Vielleicht was die ganze Orientierung... Mann, wo hat er mich denn jetzt getroffen? Was diese ganze Orientierungsgeschichte angeht. Oh, zum Glück stehen hier immer noch... ...an einigen Stellen Medistations rum. Alter... Oh ne, auch noch Köpfe? Ihr seid doch so scheiße, wisst ihr das? Na gut, Medikit... Och nö, ne? Ich weiß doch immer nicht, wo ich langkomme. Ich bin doch... Ich kann mich doch nicht orientieren. Och nö, und aufs Feier? Leute! Was seid ihr für welche? Ich glaube, ich habe mich hoffnungslos verlaufen. Obwohl, na, wo Monster sind, sieht immer gut aus. Da... Kann schon mal nichts schief gehen. Aber ich glaube, ich nehme mal wieder meine gute alte Shotgun. Und hier sind überall Medistation, finde ich sehr gut. Aua! Das tat weh! Da ist noch ein zweiter. Das finde ich... ...verhaupt nicht schön. Oh, da kommt dann... Sag mal, wie viele... Haben wir hier noch ein bisschen was zur Flare? Jawohl! Uuuuuh! Uuuuuh! Alter! Sag mal, ihr wollt mich echt fertig machen. Ja gut, ich weiß ja, ist ja euer Ziel. So, Area Clear. Jetzt kommen wir da unten auch rein. Jetzt hier nur noch mal ein bisschen... ...House holen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo wir da lang konnten. Dürfen, müssen, wollen, können. Äh, ach ne, die ist jetzt zugegangen. Oh, ey, da... Ich bin da immer so... Destroy! Alter! Ich hasse euch Köpfe! Was ist das? Oh man, Muni-Verschwendung pur. Oh, nö... Fuck you! Fuck you! Fuck you! So, wo ist er? Wo ist er? Ich bin jetzt erstmal noch... ...weggerannt! So! Huh! Schwein gehabt! Hammer hier noch... Nö, wieder die gute Shotgun! Einen haben wir, einen müssen wir noch nachladen. Äh, manchmal treffe ich nicht so wirklich. Äh, so... Hier lang. Und ich höre ein... ...dämlichen Rocket. Nicht hier Rocket, sondern... ...gewisst schon. Das schöne Skelett. Was mir so viel Freude bereitet. Hab ich doch gehört. Nee? Ich bin noch nicht... ...ich bin noch nicht taub. Ich meine, mein Gott. Ich hab mich jetzt doch ein bisschen... ...selbst... ...katapultiert. Aber... ...ist okay. Oh mein Gott! Was ist denn das für ein Geräusch? Alter! ...herr! Gott! Du warst doch hier irre! Ah, was bist denn du? Alter! Was bist... ...was seid ihr denn? Da kommt noch so ein Viech. Vor allem, das trifft sie dich mal richtig. Aua! Aua! Mann, machen die einen Schaden! Alter Freda! Oh, da denk ich immer, hier geht gleich irgendwo was auf. Wenn die Tür uns zu gehen. Aua! Die wissen schon, warum die an jeder Ecke hier für mich Heistation haben, Medi-Stations. Alter, das Flackern von dem Licht geht einem ja auch komplett auf den Geist. Aua! Ey, ich will bloß raus aus diesem Level. Wo, 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 wo? Wo? Hinter mir? Nee, wo? Ah, wo? Und genau vor mir. Ich bin auch... Naja, was soll's. Ein bisschen... Damn, Luck. Noch einer. Ja, wenigstens hab ich den jetzt getroffen, ohne dass er mich getroffen hat. Ist auch schon mal ein Vorteil. Na, wer unbedingt so gut ist, weiß ich nicht. Wo ist er? Ich hör ihn doch. Ich hör ihn doch. Ja, ich hör ihn doch. Verdammt! Oh man, ich will hier nicht sein. Ich hör doch wieder ein. Baby. Baby. Diese komischen Viecher. Wie? Man, also es gibt wirklich Kreaturen, die ich hasse. Dazu gehören die Spinnen, dann gehören die Köpfe. Die gehören jetzt mit dazu. Die sind... Nein, weiß ich nicht was. Oh, oh, das klingt gar nicht gut. Ah. Mal lieber Rocket Launcher. Alter, was kommt jetzt? Was kommt hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Alter. Ich... Krab hier. Gerade. Oh mein Gott, was bist du denn? Alter. Nicht mal mit dem Rock. Oh mein Gott. Noch einer. Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. Und ich bin gleich tot. Jawoll. Ach, herrlich. Na, das wird ja jetzt eine schöne Party. Eine Lust. Eine Party, die ist lustig. Eine Party, die ist schön. Ja, da kann man immer wieder sterben und hier bei Doom 3 gehen. Keine Ahnung. Oh mein. Oh mein. Holy shit. So, jetzt werden wir uns hier erst mal so ein bisschen versuchen. Verdammte Scheiße. Das war immer nur den... Den Dings getroffen. So, kann ich das abbrechen? Ich kann nicht so schnell feuern. Das war jetzt Glück irgendwie, dass ich jetzt so schnell feuern konnte. Oh Mann, das wird jetzt wieder eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Nachladen. Und jetzt guck mal, wo hängt der andere rum? Wo hängt der andere rum? Wo ist er? Oh. Gerade. Eins. Shit. Jetzt hatte ich nur seine. Mist. Eine hab ich noch. Jawohl. Oh nein. Da ist noch einer. Ist noch einer. Ist noch einer. Mist. Hab ich noch irgendwo Medipacks rumliegen? Liegen die hier noch irgendwo rum? Was haben wir da Schönes? Medipacks. Sales. Okay. Von hier komm ich, glaub ich. Nee, da kann ich nicht durch. Mist. 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 Das war ein Schuss.